hallo herzlich willkommen zu fickt euch hier hacker part nummer 63 mit dem fisch dem das bin ich auch so leise ja ja das ist manchmal lauter dem sunrise und dem bro das vom last ich glaube ich nicht lauter macht dann rede lauter dann schreit es werden ja liebe freunde leider wurde aus dem fiktor shaker stream nix nix aktuelles aber ja wir werden euch natürlich die tage ein stream nachreichen und es ist jetzt erstmal das nächste event was ansteht ist jetzt am samstag das gokart event und nach dem gokart event habe ich auch wieder ein bisschen ja den kopf frei dann geht es quasi richtung urlaub und dann machen wir ganz entspannte wochen ja ansonsten was habe ich hier noch tom brader last of us für die ps4 das soll jetzt bleibt werden steht auch auf meiner agenda ich weiß nur noch nicht wann und jetzt aber erst mal suchen und testen hören auf an der passt dadurch dass der schlange nicht mit dabei ist wird es wohl wahrscheinlich keine zweite runde werden wir dort hallo dass wir noch ich da ist das sehen wir dann mal am start wo alles auch nicht da sagen wir mehr als sie erst denn sie der brot das 3 hat höchstchen an ist auch kein autotaktik und wird auch weg autotaktik du sagst wenn jemand kommt mies geburt kommt jemals auch noch ein hacker mit wall heck du klein ja warum hört man die gegner warum hast du sind stumm warum ist es auf der map regnen ja auch mal der snipe hat ja das ist ein rolle oder so weiter ja ich glaube auch ein aimbot mehr ein bot nicht aber er weiß halt genau wo wir nicht er sieht es so farblich wir sind übrig anreiß wenn wir alle toten links ist übrigens einer war ja da wenn ich war kackes an weiß wo der will er hitten mag er will man wie wann ja wo hat er geheckt hat im sammels in den arsch geschossen hier aber hier der groß der typ der ausgeben krieger ohne scheiß jedes mal dasselbe mit dir die mit der schlechtesten leitung bitte zuerst alter ja wo bleibst du mit euch aber scheinbar nicht hier bist du nicht jetzt frisch ja bei mir steht unterbrechung ich sehe den namen bro gaming rückkreis x dann herzlich willkommen ein stadt hat er auch noch die helse und da ja labert und weiterer ist ja last night was ich weiß machen wenn er gibt dir mal mühe mein kredik endlich bin die hacken man da doof kommt du bist nicht so ist das nicht kommentiert der spack das sind die schlechteste idee die ich weiß nicht was ihr euch denkt bei so was dort einfach eine kacke labern irgendein wort nehmen und hintendran tag wird das anwes doch den europa los bei euch 20 der boss wir haben die computer gemacht links ist nicht keine daten gehen verloren wir könnten liegen ja die sind hart am tue mir also ein bisschen treuer findest du nicht noch die euro ist weiter okay der schießt durch die wand so eine missgeburt da kommt jetzt ein text nach oben da bin ich doch habe ich gemacht natürlich meine gegen das vorgeburt jetzt habe ich dreck im gesicht toller danke sorry dem jahr und verloren für neue schießen da jetzt wie wärst du mal mit vom belegen gespackhoß einer war hier rumgepimmelt ich muss die schlange ersetzen adäquat lebten einer noch ja ja aber perfekter type habe ich gut gespielt hier unglaublich ich habe gedacht vielleicht pimmelt ihr da hinten im raum rum das war ja wahnsinn krieger das ist ja drei jahre dropp schon drei jahre da drei jahre da heute eine drohne müssen wir da runter man auf dieser taktik hast du gesagt ich lasse ich vor mich ja diese tue bei ohne flachs da gab es mal auf der freie das passiert mein bro in unsere taktik rein furcht wo du hast uns alles kaputt gemacht was auch immer alles brauche du bist ein richtiger loser so du hast eine schlechte aura deines fenster guck ich schon mehr im team über machst du denn da hinten ja komm ich an die rand musste erst mal eine hose wieder anziehen und auch darum ist ein tue war ich jetzt erst mal auch guck mal wie die toll die fliegt so ein huso oder hat alter auch der käder in dir an was nick wird hat er ist ja noch ein kran offen kran ein mann armee noob tube und direkte gefahrt macht was du denn da links kran unten 0 2 ist nicht weg hier was machst du doch ich werde den links draußen und da sind feuerwerk ich bin voll auf dem schlachtfeld gerade also doch links sehen sie doch nicht erst mal erst mal den schwereren nehmen das ist eine suppe dass er die trickschotten will wer ist mit nachladen krieger last night halt gut er hüpft die ganze zeit runter das ist easy für dich krieger das ist ganz easy für dich wir wollen das gewinnen nicht verlieren wir lassen wir lassen jetzt erst vor das dem vorrennen lassen sterben lassen sterben wir warten hier wir warten hier nicht oder ist kein meter aus mit ihr hier ja das haben wir warten hier lasst ihr neun misch hier macht man das brauche vielen dank darum kommen ist es im sexen das ist die körperung der wand auch nicht viel guter als ich guck nach hinten nach vorne du musst hier bleiben ja wenn dort daten das kaputt die mit ihrem kasperle theater oder so schöne taktik dass wir wie nennt sich die weinkeller doch das loch ich habe abkriegst oder der krieger muss man mal abdrücken der war hin bei denen im spawn gegenüber von dir jetzt habe ich getroffen das läuft an mir vorbei oder was zu denen also ein weiter fisch ja sehen sie gut von mir geblendet kein problem aber sie ist wie er blendet ist ja da kam das köpfchen raus da kam das köpfchen habe ich wieder hier schon wieder sensationell hier dröhnchen auf den freien machst du eigentlich immer hier auch doch einfach mal ab ich bin jetzt erschrocken kommt immer alle schade oben ist noch einer mit noob tube was ein und dann wechselt die klasse um dann las noch einer lacht ja und nickt hat er ist richtiger holen so weißt du das was der schlacko ein hat dann auch um man ja doch als gefuttert worauf rennt die ganz rechte seite geht jetzt wahrscheinlich aufs dach wo der container drauf ist ja du bist echt kacke sagte ja wie sagst du ein kill des bin hier kannst du mal leise sein bitte ich höre nicht ich finde mich ganz gut heute deswegen klappt auch hier nicht abbruch ist er los am son amazon taktik ebay super item auch bei apia ist geburten ja typ mal hierher du wixer traut sich nicht hier rein ja holi hat er gelegt nicht weg da das aim ist schon legendär war auch zurecht krieger muss man ganz ehrlich mal so sagen wir erstmal wieder tot ja geh du da habe finde ich mich recht gut dieses runde diese runde dieses runde ja muss ich auch so in der ahnung wie hast du das überlebt ist die fahrer schelächsgeber ja so viel glück hat niemand erbärmlich das ist das glück ist wichtig ich kriege ja überhaupt viel geht gemacht damit so was der punkt damit den krieger nicht so aber ihr ficker soll in dem sinne gut schuss bis zum nächsten mal tschüss tschau sind einmal bitte die